So, dann müssten wir jetzt alles haben, oder? Wir haben alles! Yeah! Ähm, dann müssten wir jetzt zu Toni gehen. Ignorieren wir einfach die Bugs! So, wir gehen jetzt mal zu Toni. Da haben wir ja alles irgendwie zu mischen. Und so ein Gebräu oder was auch immer. Ja, hier, ähm... Was ist jetzt da rein? Nein. Ähm... Aufputschmittel. Ja. Äh... Taurin. Spritze mit Taurin. Laut Rezept kommen Pulver und Wasser getrennt in die Maschine. Oh, ja, okay. Sorry. Äh... Wasser... Was kommt da? Also, ähm... Wir haben das da. Wir haben das da. Äh, die schwarze... schwarzes Pulver. Was ist denn hier schwarze Pulver? Rezept? Zahnbohre? Äh... Handschweißgerät? Ähm... Was kommt jetzt nicht da rein? Laut Rezept kommt... Laut Rezept... Da ist alles kurbeln? Ja! Yay! Und jetzt? Haben wir... Ja! Geil! Ich nenne die Mischung Rufus Schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Ähm... Der Retter? Nein, Killer klingt cooler. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die armen Gohle! Ach ja! Ach man, egal! Egal, was Rufus in diesem Spiel macht. Ich mag ihn. Und ich sollte es genießen. Dann gehen wir mal zu Lonzo's Kneipe. So... Spielst du wieder Harvey's Lied? Hier! Also in die Kaffeemaschine Expresso. In das Pulverfach damit. Ähm... Wo ist das Pulverfach? Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. Dann mach's doch rein! Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß! Ähm... Sollte ich es ihnen einfach geben? Das Pulver hab ich schon mal. Gut! Ja, dann mach's doch rein! Das Pulver hab ich schon mal. So. Jetzt nur noch das Getränk. Boah, leck mich doch! Hier. Biss! 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 Oh! Oh! Don haben wir hier das Getränk! So! Und das wird auch in die Kaffeemaschine. Mach's doch... Ähm Darfst du jetzt in die Kappel machen? Das besondere Wasser hätte ich schon mal Nur, wo kommt es jetzt rein? Nach da? Ja! Ab in den Tank damit Wow, wir haben das Getränk jetzt! Wow! Goal, wir retten dich! Das erste Mal Das zweite Mal Ja! Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert Ich auch Ich dachte, wir machen Espresso Ja, du hast recht Dies ist ein erhabener Moment Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression Bitten wir euch Öffnet die Pforte zum Espresso Wer sowas? Au, Backe Ja, ne, Wucke Yay! Mehr Druck Mehr Druck Okay Ähm Okay Ähm Genau Oh Gott Oh Gott Über nicht zu viel Druck Ich seh das Licht Hallo? Hallo? Sind Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an Wie du weißt Habe ich dem Tod Bereits einige Male in die Augen geblickt Ach ja Hab ich vergessen Dabei fällt mir ein Trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst Da passiert was Ähm Ähm Und somit geben wir Geholen ihren Kaffee Extra stecker Kaffee Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin Hm Sag wer Sag ich Und wer ist hier der Arzt? Sag du Sagen wir es zusammen Ich Unentschieden Drei Gewinnrunden Du Ich Ha Gewonnen Mist Verdammt Können wir das jetzt nicht geben? Hm Wie war das nochmal? In Tasche Genau Ich habe ihn nicht gewählt Damit er sich in meine Sachen einmischt Hab ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann Politik ist echt kompliziert Sie hat Ja Ja Ähm Warum kann ich jetzt ihr nicht Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich werde sie heute in Süden Danke fürs Gespräch Nicht wirklich Ich hätte ne Idee Oh Das wird gemein Oh Gott Warum? Oh Scheiße Was riecht denn hier so Ähm Ähm Feuer Das Rathaus Brennt Oh Schützmodus Aktiviert Brandmeister Gizmo Zu ihren Dienst Denn Wo ist das Feuer? Na dort Die Kammer steht in Flammen Herrgott Keine Sorge Ihr Feuer Ist so gut wie gelöscht Und ich stehe auch nur ganz zufällig in der Nähe Rufus spinnst du? Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Na ja Wir können Goal retten Egal ob der Zombie stirbt Nicht da Rufus Finger weg von der Elysianerin Rufus Aber da gehört dein Trichter hin Sie verweigern allen Ernstes Einer todkranken Person Meine Hilfe? Damit machen sie sich strafbar Lothek Seien sie froh Dass Inspektor Gizmo nicht hier ist Ähm Okay Das war gerade merkwürdig Aber ich glaube noch was Ich habe ihn nicht gewählt Damit er Ja okay Hab ich Nein hast du nicht Das weiß ich Aber Irgendwas Darf ich nicht den Trichter dran machen? Nicht Aber was Daneben nicht Was? Aber eines Tages kommen sie Und dann erwarte ich Warte nochmal Sorry Nicht da Rufus Die gehört jetzt mir Finger weg von der Elysianerin Rufus Aber da gehört dein Trichter hin Was? Nein Wie kommst du denn da drauf? Daneben nicht Aber eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter Und dann erwarte ich eine Entschuldigung Ja Ja Ähm Was machen wir jetzt? Ähm 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 Was machen wir denn jetzt? Der ist ja jetzt eingesperrt Und stirbt wahrscheinlich Und jetzt? Luftballons Ähm 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 Wo war ich stehen geblieben? Ach ja M-m-m-medizinmodus aktiviert Doktor Gizmo zu ihren Diensten Wie steht es um die Patientin? Unverändert würde ich sagen Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort Alarm Gibt Stahl B-b-b-polizei-modus aktiviert Der ist krank Der ist krank Der ist wirklich krank Gucken jetzt in die Tasche Oh Aber Rufus Sie sind nicht unantastbar, Lotec Vergessen Sie das nie Oh Gott Das reicht jetzt aber Ach kommen Sie, Gizmo Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl Aha Da ist ja auch der Körpus Delicti Damit ist das Puzzle komplett Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotec Das werde ich ganz bestimmt nicht tun Sie sollten aber Ich will aber nicht Sie haben keine Wahl Ach ja? Sie sind gefeuert Sie können mich nicht feuern Sie sind verhaftet Sie können mich nicht verhaften Sie sind gefeuert Ich habe Sie aber zuerst verhaftet Na und? Sie sind trotzdem gefeuert Sie können mich nicht feuern Sie sind verhaftet Ach, Leiter Sie können mich nicht verhaften Sie sind gefeuert Ich habe Sie aber zuerst verhaftet Na und? Sie sind trotzdem gefeuert Das sieht jetzt irgendwie total krank aus Sie sind verhaftet Sie können mich nicht verhaftet Sie können mich nicht verhaftet